Ja Leute, herzlich Willkommen. Ich steh diesmal vor der Kamera und werde gefilmt. Sagt mal was. Hallo. Ja da habt ihr es gehört. Heute, da jetzt Silvester ist, habe ich ein bisschen was vorbereitet für euch. Unter anderem werden wir einmal hier die Percival von Veko zünden und noch fünf weitere Raketen von Veko. Viel Spaß. Na, der Wind steht hoch. Willst du ein Stummfahrzeug? Ja. Du bist jetzt wahrscheinlich im Video. Nein. Percival von Veko. Viel Spaß. Zurück, weiter, zurück, weiter, zurück. Zurück. Stand los. Nein. Jetzt. Deshalb, bitte. Warm,バallen, Dortstick. Sand. 走, lauf! Was ist immer, ich bin... Das war's. Das war die Perseville von Veko. Warte. So, die Perseville von Veko. Wie fandet ihr die? Super. So, dann haben wir jetzt noch hier fünf verschiedene Raketen. Einmal die Juwel von Veko. Dann haben wir... Noch viermal die Juwel von Webstar und wir starten hier mit den viermal Webstar von Veko. Ui, die war doch nicht schlecht. Die Juwel von Veko wurde da runtergekommen. Die Juwel von Veko. Die Juwel von Veko. Die Juwel von Veko. Mal schon. Dann zurück. Ja, okay. Was mit dem Video nicht? Ja. Was mit dem Video nicht? Was mit dem Video nicht? Ja, mach ab. Du bist stark. Zeig mal, um ein bisschen nach außen zu biegen. Mach ab. Zeig mal, ich bin schon noch dran. So, dann sind wir wieder. So, dann sind wir wieder. Webstar, die zweite. Boah, nicht schlecht. Ich hätte mal. Ich hätte mal. Ich hätte mal. Ich werde wohl. So was jetzt auf gar keinen Fall nachmachen. So. Und Webstar, die vierte. Und zum Schluss, die größte. So Leute, somit, das ist die letzte Rakete für dieses Video. Die Laft von Viko. Ja ihr Lieben, das war's.